Ich bin schon seit 5 Uhr wach, Mann. Kat muss Vorhänge ins Gästezimmer hängen. Ich muss den Handtuch nehmen, damit's dunkel wird. Oh, Jim, ist das Frühstück fertig? Jim! Wahrscheinlich hat er die Küchentür zu. Hey, Jim! Hey! Jim! Mann, was soll das? Schrei meinen Opa nicht so an. Zeig mal ein bisschen Respekt. Er wollte mir Frühstück machen, mir knurrt der Magen, Mann. Ich werd mal nachsehen gehen. Hey, Jim! Dad? In L.A. ist es mitten in der Nacht, oder? Ja, so ist es. Aber ich verhandle gerade mit Galaxy. Ein paar Top-Teams aus Europa haben Interesse an dir. Im Ernst? Wer denn? Atletico Madrid, PSG und Bayern München. Alex? Ja? Ja, ja, ich bin noch dran, ich bin noch dran. Versteh mich nicht falsch. Galaxy lässt dich nicht gerne ziehen, aber wenn solche Klubs anklopfen... Das ist der Hammer, Dad! Wie siehst du das? Ich irgendwo an mauerde. Ja, ich bin noch dran. Ich bin noch dran. Ich bin noch dran. Du scherz mich nicht immer... Aber ich bin noch dran. Das ist der Hammer, die ich bin noch dran. Es bin noch dran. Und da muss das Lite DNS. Das ist deutscher nicht zu weitijen. Ich bin noch dran. Das ist wohl auch abunsurent. Hier gibt im Ernst- têm mı Gott, ơOT, das ist alleinstierst komplett voran. Also gut, ich melde mich, sobald der Vertrag unterschriftsreif ist. Danke. Schon gut, bis bald, Junge. Warte, warte, warte. Und was ist mit dir und Kim? Was meinst du? Naja, wie geht's weiter? Das kannst du nicht ernst meinen, das ist Bayern München. Du wirst uns zu den Spielen mitnehmen, oder? Neuer, Müller, Lewandowski, komm schon! Ja, aber natürlich, wenn du Glück hast. Das ist ein wichtiges Gespräch. Sie hat wirklich recht, so eine Gelegenheit bekommt man nicht oft, Alex. Ich werde euch echt vermissen. Ja, wir dich auch, Junge. Hey, und räum endlich mal dein Zimmer auf. Hey! Danny? Hey, Danny! Danny! I think that... I think that... ... I think that's... ...